Herzlich Willkommen bei der Bremischen Volksbank an unserem Hauptsitz an der Domsheide. Wir sind mitten in Bremen und damit mitten im Geschehen. Hier treffen wir für Sie und gemeinsam mit Ihnen individuelle und schnelle pragmatische Entscheidungen. Wir haben eine Vision. Wir möchten unsere Kunden, also auch Sie, zu unseren Fans machen. Das schaffen wir dadurch, dass wir anders denken und handeln als andere Banken. Wir verstehen uns dabei als Ihr persönlicher Wegbegleiter, als Finanzmanager. Wir versuchen Sie als Partner zu verstehen, indem wir zuhören und indem wir Sie vor allen Dingen aktiv begleiten. Wir setzen Impulse. Wir sichern dabei eine exzellente Servicequalität. Wir haben verstanden, dass das Ganze nur im persönlichen Gespräch mit Ihnen funktionieren kann, um Ihre optimalen Wegfreimacher sein zu können. Mit unseren Werten, den Unternehmenswerten der Bremischen Volksbank, nämlich Sicherheit, Offenheit und Leistung, schaffen wir es, Sie persönlich und digital bei Ihren finanziellen Lebenszielen aktiv zu begleiten. Diesen Anspruch leben wir jeden Tag aufs Neue. Sheridan Wir fahren noch einmal,